Du kannst doch auch da drunter gehen. Ja, ich bin schon lange dabei, aber ich merke meine Stimme geht langsam wieder komplett im Arsch. Ja, du kannst nachher auf jeden Fall weitermachen, also lang werde ich nicht mehr machen, ich werde jetzt noch, sagen wir mal so 20 Minuten auf jeden Fall noch aufnehmen. Also ich brauche auf jeden Fall auch Laufwerke, Lars, also ohne meinen Blu-Ray Brenner geht gar nichts, Datensicherung und so. Weil ich weiß wie das ist mit mechanischen Sachen, Datenverlust, da habe ich schon Trauerspiele erlebt, also das will ich nicht noch mal erleben. Deshalb mache ich auch immer lieber Datensicherung auf Blu-Rays, weil da gibt es ja diese 25, 50 oder 100 Gigabyte CDs. Lieber mache ich ein, zwei CDs mehr, wie nachher keine Daten mehr haben. Habe ich echt schon scheiße erlebt. Okay, wenn ich jetzt einen PC hätte, nur zum Zocken, rein nur zum Zocken, ohne Arbeiten, ohne alles, da wäre ich auch immer überlegen, ob ich da überhaupt ein Laufwerk rein mache, weil da ist das ja echt uninteressant eigentlich. Aber, aber so mit so vielen Daten, nee. Ja, die ganzen Bilder sind weg, ja. Das war auch scheiße, ey. So, die Sache ist, was mache ich jetzt? Am liebsten würde ich die ja noch auf Dings bauen, hier. Auf so Plattform. Hä, was habe ich jetzt gebot? Ja, mit Daten geht echt schnell, ey. Wenn die mal weg sind, sind sie halt für immer weg, ne. Das ist halt echt die Scheiße dabei. Deshalb, bevor ich das noch einmal jemals überhaupt mache, dass mir alle Daten fliegen geht, nee. Ich sicher mir jetzt alles doppelt und dreifach. Also, wichtige Sachen halt, ne. Und jetzt? Oh. Oh. OK. So. OK. Vielen Dank. So, jetzt wieder die Miner hinstellen. Warte mal, die waren doch irgendwo hier. Der andere war irgendwo hier. Ja, warum konnte ich den anderen eben so gut drehen und der dreht sich so komisch? Aha. Es war wohl ein Bug. So. 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 Jetzt muss ich kurz überlegen. Und zwar brauche ich Erze auf jeden Fall. So. 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 Hier kommen die Erze rein und können auch da oben wieder raus. So. 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 Tust du mir das an? Oh, die kann man sogar aufeinander stellen. Das ist natürlich geil. Oh, ich muss mal dringend auf Toilette. Ich bin direkt wieder da. So, wieder da. Mensch, der ganz Unkraut hier jedes Mal. So, jetzt muss ich das MK3-Band hier noch hinkriegen. Da brauchte ich die für, okay. Kohle habe ich noch genug in der Tasche. Kohle, Kohle. Ne, auch nicht mehr. Dann muss ich hier unten erstmal ein bisschen Kohle holen. Ey, da steht schon. Ist doch schon alles voll, oder was? Krasse Scheiße. Was geht hier ab, ey? Ho, ho. So, jetzt war's das, acostum. Okay. Das geht schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, eigentlich bräuchte ich noch mehr von dem Zeug. Ich gehe noch mal ein bisschen Eisen erzuholen. Okay. 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 und wie lange muss deine mutter jetzt drinnen bleiben schatz bis sonntag wie sie gesagt haben oder samstag ok also soll sich auf jeden fall die auszeit nehmen ganz ehrlich so so das läuft das lebt auch durch gut gut jönnöjütes ne Also hier geht beides rein und hier geht beides raus. So, dann brauche ich natürlich Kohle. So, dann brauche ich mich. 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 So, dann läuft das schon mal. So, dann brauche ich mich. So, dann brauche ich mich. So, dann läuft das auch wieder. Das war wieder falsch. So, dann brauche ich mich. So, dann brauche ich mich. So, dann brauche ich mich. Ich bin wirklich. Hab ich jetzt hier wieder was verbaut? Nein Toll Toll Und wieder alles, alle, alle, alle Aber wir haben wieder ein bisschen was geschafft Wir müssen hier alles betonieren Betonien Ihr nehmt mich wett Kann man doch hier knabbern, oder? Und schon sind wir wieder voll Oh, das wollte ich gar nicht Was sehen wir jetzt? Herrlich, wie das Ding da flattert Ich brauch ne Panzerfaust Okay Okay Ist das Ding wieder voll? Krass. So, ist das Teil wieder voll gewesen. So, ich werde jetzt noch circa bis 18.40, also bis 20.07 werde ich noch spielen, Schatz. Und dann kannst du das Ruder übernehmen. Dann werde ich mir nämlich mal ein Süppchen machen. Bis 18.40 werde ich noch aufnehmen. Und dann kannst du das Ruder übernehmen, habe ich gesagt. Und dann werde ich auch ins TS kommen. Und dann kannst du das Ruder übernehmen. Und dann kannst du das Ruder übernehmen. Gute Ware. Also ich denke mal, dass wir heute auch was Diablo spielen. Wollten wir ja eigentlich gestern, haben wir aber nicht geschafft. Und was counten dann oder so. Je nachdem. Mal gucken. Wer gleich alles so da ist, oder? Was denkst du, Schatzi? Ich bin echt zum Schluss. Aber das Eduardo. Okay. Wir versuchen zumindest. Bitte. Ja. weimlich. Wir tun. Nichts. Wir tun. 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 Untertitelung. BR 2018 So, jetzt muss ich den wieder rausnehmen. So. Strom must verbinden. Strom must verbinden. So. Lugi lugi machen, damit ich hier keinen Abschmierer mache. Aua. So. 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 jetzt muss ich mal gucken. Okay. Okay. So, so, so. Hier die Tür kann bleiben. Okay.